Hallo, hallo Leute und willkommen zurück, oder willkommen zu einem kleinen Let's Show und zwar The Elder Scrolls V Skyrim. Ja, ähm, The Elder Scrolls V Skyrim, die Legendary Edition, zum Beispiel erscheint, werde ich ja für die Switch LP'n. Ähm, ich würde jetzt einfach nur mal zum Vergleich, weil ich, und weil ich gerade unglaublich Bock darauf habe, und ja, ich werde heute auch noch ein bisschen Breath of the Wild aufnehmen, keine Sorge. Ähm, möchte ich euch einfach mal die komplett zermoddete PC-Version zeigen, oder von mir komplett zermoddete PC-Version. Ähm, ja. Ihr seht schon, dezent gemoddet. Dezent. Ähm, ja. Ich bin hier gerade bei der, äh, hier, bei der ich, das Sound von Jürgen Windhufer-Quiz, äh, Quest, nicht Quiz. Und, ja. Ähm, hi. Ciao. Ähm, ja. Ich zeige euch mal den Charakter. Ähm, ja. Na ja, das ist ein privater Account, wo ich einfach nur mit den Lichtschwertern abgehen will. Puh. Und ich das Spiel so zermoddet habe, dass es inzwischen fast ein Star Wars Spiel ist. Ähm, ja. Oh, scheiße, machst du viel Schaden. Erstmal mit dem Force Push stunnen und jetzt... Nein. Du greifst mich nicht an. Und manchmal sind hier Gegner, die eigentlich ziemlich schwach sind, können dann von Anfang an bei vollem Leben ein Finishing-Move starten. Obwohl ich einen Mod drin habe, der meine, äh, Dragon Armour noch stärker macht. Ich meine, okay, ich habe auch keinen Rüstungsskill investiert. Im Nachhinein betrachtet vielleicht nicht das Klügste und, äh, Moment mal. So, hüb. Genau, hier muss ich lang. Glaube ich. Na, tru mal. Dietrich, ein kleiner Seenständer. Trank der Flüchtigen Unsichtbarkeit. Cool. Hm. Karte. Ich hoffe, das kann mir weiterhelfen. Ah. Okay. Sieht so aus, jetzt müsste ich wirklich hier hoch, äh, oder Karte? Ja. Sieht wirklich so aus. Jetzt müsste ich... Hier lang kann ich nicht. Karte. Da muss ich hin. Das heißt, ich muss da hin. Okay, hier hinten gibt es anscheinend nur irgendwer zum erkunden. Und, oh. Oh, ein ruhenloser Drauke. Kaputt machen. Ja. Oh, nerv nicht. So. Nein. Ciao. So. Ja. Wie ihr seht schon, die Waffen hier machen ordentlich Schaden. Und, ähm... Ja, Karte. Und... Oh. Hier bin ich. Cool. Ah, nerv nicht. Oh, du bist gar nicht zurückgeflogen. Ich wollte ihn eigentlich nach der... ...werfen. Den... Ah, hier braucht man, ähm... ...sein... ...schreie Wirbelwind-Sprint. Das musste man nämlich machen. Ähm... ...ich weiß jetzt nicht, ob es so gedacht war, wie ich es gelöst habe, aber... ...einfach lange sprinten und... ...den... ...wult-Schrei nutzen. Ja, ja. Ich weiß. Ich rüste wieder unterbringliche Macht aus. Weil es verbessert, dass du dem Charakter passt. Ja, ja. Also ganz voll explodiert sind mir vollkommen wurscht. Weil... ...Ase. Da bin ich gegen Feuer, komplett resistent, gegen Eis, gegen Lektivität. Ja, ich habe auch eine stark verstärkte Heilung. Aber... ...ihr seht ja, das Viechchen macht Schaden. So. Zack, raufhauen. Oh. Was? Tot! Was? Du bist gemein! Wo zum Eng... Oh, nein. Ich bin... Ich bin wieder hier. Und ja. Ja. Das... Das habe ich noch nicht genau. Danke, Spiel. Spiel vielen, vielen Dank. Hi. Du stirb'n endlich. So. Genau. Guckt mal, wo wir wieder sind. Diesmal gehe ich da nicht nach unten. Ah, doch. Ich muss wieder nach unten. Hi, 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 hi. Ja. Ähm... Ich rede hier mal über... ...über... ...oder, ne, 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 das hebe ich mir von Breath of the Wild auf. Das, das hat schon fast Tradition. Als ich über die neueste The Originals Folge in Breath of the Wild rede, ...der ich dir nicht mehr mal keine Themen raussuche. Nein, da rede ich in Breath of the Wild, tut das. Und ja. Ich... Ähm... ...werde außerdem... ...das könnte ich hier jetzt mal an... ...den Video machen zum 40 Years of Star Wars Panel. Ähm... ...das werde ich mir live mit euch angucken. Live... Ähm... Ich weiß noch nicht, ob ich streamen werde. Aber... Ich weiß nicht. Mal gucken, vielleicht. Wobei, dann ist die Qualität nicht so gut. Also, ich glaube, ich nehme das... ...ich nehme das fort. Hier ist auch Star Wars Panel, nehme ich auf. Ähm... Ich werde es mir free attern gucken und dann werde ich in einem Video... ...darüber reden. Aha. Das ist anscheinend ihm dagegen. Wo auch immer die ganzen Skelette gerade hergekommen sind. Ähm... Ich... ...falsche Taste, schreie, Wibbelwindsprint... So... ...der Wibbelwindsprint ist jetzt aufgeladen. Zack, zack, zack und... Einmal doppel-wuhlen da durch. Zack, schreie unabdäglich macht. Oh, meine Ausdauer ist wieder leer. Und... Heilung. Da wir gleich zu diesen wickigen Spinnen kommen. Aber vornher... ...speichern... Ja, zack. So. Und... ...keine Angst, ich habe nicht irgendwie 10.000 Mods... ...gleich fast 200 Mods... ...äh... ...für das Spiel. Ich habe nicht alle gleichzeitig aktiv. Ich habe jetzt nur so um die 50 aktiv. Genau, komm, verbrennen am besten, verbrennen am besten. Zauberwürden. Nein, 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 nein. Ciao. So. Ich hätte vorher auch auf Lydia warten sollen. Ist, glaube ich, klüger. Wenn man schon so eine... ...unsterbliche... ...draufknüppelmaschine hat. Öffnen, Holztür. Ja, und weil ich eben eine gemoddete Klasse habe, muss ich bei den Story-Missionen... ...ähm... ... immer wenn ich so... ...ja, toll. ... ähm... ... geht sehr auf der Notiz. Trifte ich mit dem Lieb des Horns... ...cool. ...Ubergräbnisruine... ...Urne, Begräbnisru... ... Urne, nicht... ...Ruine. ... öffnen, Holztür. Oh ja, hier ist... ... hier ist richtig viel Geld. Nicht, dass ich das Geld brauchen würde. So. Ich hoffe, dass man bei der Legendary Edition für die Switch... ... auch... ... ähm... ... die Konsole öffnen kann. Weil... ... der älteste Trick aller Zeiten... ... so... ... ist, ähm... ... auf der Konsole... ... einfach mal... ... äh... ... Player... ... Punkt... ... äh... ... Item... ... F... ... so... ... 100 Gold... ... ups... ... ich kann mir mal zeigen... ... ja... ... 9 Stunden in den letzten 2 Wochen... ... ähm... ... insgesamt 116 Stunden... ... nicht so viel wie in Assassin's Creed 4... ... mhm... ... ganz viel Geld... ... Wiederherstellung... ... Zomberbruch... ... verbesserter Schutz... ... oh... ... uh... ... verbesserter Schutz... ... verbesserter Schutz ist geil... ... ich hab schon einen Schutz, wenn ich mich nicht täusche... ... ähm... ... Magie... ... äh... ... Wiederherstellung... ... nein, verbesserter Schutz... ... die Nutzungswert um 80 Punkte... ... ob Zomber bis... ... mein Gott, den... ... den Zomber... ... und nutze ich immer... ... so... ... Fettigkeiten... ... uh... ... ich hab kein Level abbekommen... ... ich muss noch... ... ah... ... das... das... ... der zieht sehr viel Mana... ... weiß ich das auch... ... ähm... ... von den Us... ... ah verdammt... ... ich hab nicht gespeichert... ... gemondete Klassik... ... ich muss... ... ich muss mir merken... ... zu speichern... ... und... ... 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 Oh Gott, meine Familie brüllt im Hintergrund schon wieder rum. Dabei wissen sie doch, dass ich jeden Samstag aufnehme. Und ja, eigentlich alle Videos jetzt, seitdem ich wieder angefangen habe, regelmäßig Videos zu machen, sind an einem und demselben Quatsch, sind immer am Samstag aufgenommen worden. Und ja, ich gucke mal, heute nehme ich nicht so viel auf. Und oh Gott, Labyrinth. Ich hasse Labyrinthe in Skyrim, weil da alles gleich aussieht. Und ich habe auch einen, ähm, Better Potions Mod drin. Also ich habe auch irgendwie 50, 50 nicht, aber 30, 40. Ah, der hier, der, wir sind wieder am Anfang. Ähm, ich habe auch, äh, ganz, ganz viele, ja, Lux Better Mods. Also, weil die, Qualitätsmods, sage ich jetzt mal, die einfach die Qualität verbessern. Hm, ich hoffe, die Aufnahmequalität ist jetzt auch, äh, angemessen. Ich habe OBS jetzt einfach mal ein bisschen mehr, eine höhere Priorität zugewiesen und auf einmal kann ich in guter Qualität aufnehmen. Ah, das klappt aber nur bei Spielen, die kein, die selbst keine hohe CPU-Anforderung haben. Und, äh, der denkt, ich bin noch im Dungeon. Äh, falsch. Magie. Kräfte. Battle Presence. Your presence on the battlefield can cause enemies to flee for their lives for 15 seconds. Uh, geil. So, aber jetzt pfeife ich jetzt mal mein Hors her. Und jetzt sollte mein Pferd da hinterpäht werden. Ja, sollte irgendwo hinterpäht werden und... Zack, jetzt müssten wir außer Reichweite sein. Jetzt kann ich wieder mein unerbittlicher Machtschrei ausrüsten. Ähm. System speichern. Ich habe es mir jetzt angewöhnt, hier immer regelmäßig zu speichern, eben weil Skyrim ständig crasht. Was vermutlich an der Zermordung liegt, aber egal. Ähm. Uh, die Mine, die Mine machen wir jetzt noch, bevor wir uns... Wo muss ich eigentlich hin? So. Äh. Hat immer noch gedacht, ich bin im Dungeon. Ja. Altar des Himmelsgeborenen. War kein Drache, konnte ich nicht töten. Wir könnten nach Amortal, dann hätte ich die Stadt auch mal entdeckt. Bevor wir jetzt zu der Mine gehen. Machen wir mal. Und falls ihr euch wundert, ich hatte vorher noch die, ähm... Kryptonia... Rassen-Mod drin. Falls ihr die kennt für Skyrim. Ähm, ich habe auch ne... Ihr seht, das ist ne Mod hier, das sie... Äh, welch Kader so gut aussehen und so detailliert ist. Da ist hier irgendwo die, äh, Festung der Einsamkeit. Das ist die Fortress of Solitude. Und deswegen sind die beiden hier schon entdeckt. Und dann tippe ich mich danach auch noch hin, um... Winterfeste schneller zu entdecken und um... Dämmerstern schneller zu entdecken. Und ich habe auch alle DLCs. Seht ihr hier an der Dragonborn DLC. Und... Diese Merida... Meri... Merida... Meridia. Nicht Merida. Merida ist der Film von Disney. Äh, der Necrophian Tower. Da war ich noch nie drin. Äh, weil der irgendwie immer voll verpackt und verglitscht ist. Die Wächtersteine sind da. Und Helgen... Und hier war vorher auch noch in der Nähe, ähm... Die... Moonforge, ähm... Für die von euch, die, die, äh... Die, die Isilmerils, äh... Lord of the Rings Weapons Mod kennen. Und ja, ich habe Star Wars Charaktere und... Ich habe auch Herr der Ringe Mods drin. Und ja. Generell, ich habe... Ich habe dieses Spiel... So heftig gemoddet. Ihr hört auch, ich habe Star Wars Musik drin. Eine Mod. Ähm... Eigentlich müsste der... Mond der Todesstern sein. Aber die Mod scheint gerade nicht zu funktionieren oder nicht drin zu sein. Hm. Muss ich mal gucken, ob ich die wieder reinmache. Ähm... Ja. Hi, Mortal. So. Kater, wo muss ich denn jetzt hin? Nach Flusswald. Triff dich mit dem Dieb des Horns. Flusswald. Ähm... Ich glaube, ich... Soll ich in den Necrophian Tower gehen? Das wirst du dich machen. Ich will jetzt nicht so hart in der Story weitermachen. Weil ich die nicht vorausgreifen will. Ähm... So, zack. Ähm... Ja, übrigens, ähm... Weil ich... Das Spiel ein bisschen gemoddet habe, habe ich mich jetzt einfach mal auf die Herausforderung gestellt. Ähm... Das Spiel auf legendär durchzuspielen. Äh... Und... Ist nicht... Unmöglich. Also... Ja, ich habe mir auch ein bisschen was gecheatet, natürlich. Äh... Wie zum Beispiel... Wie gesagt, den Schmiedes-Gay. Aber so von... Von Kampfgeschick her oder so, habe ich mir nichts gecheatet. Ich habe mir halt diese... Die Rüstung habe ich mir halt gecheatet. Einfach, weil sie cool aussieht und nicht, weil sie stark ist. Ähm... Einfach, weil das meiner Meinung nach die coolste Rüstung aussieht. Oder... Ich finde, die sieht am geilsten aus. Ja. Ich habe auch... Ähm... Ich habe auch... Das kann ich... Kann ich... Ja, doch. Das müsste ich zeigen können. Ich müsste den... Desklob capturen können. Ähm... Was ich gemacht habe, ist... Äh... Da man bei Skyrim ja die Mods aktivieren und deaktivieren kann. Und man irgendwann den Überblick verliert, bei welchem Charakter jetzt nun... Welche Mods aktiv waren. Äh... Kater. So. Du kannst nicht schnell reißen, wenn Feinde in der Nähe sind. Was? Das sind doch gar keine Feinde. Ah, doch. Scheiße. Ein Eistroll. Schlimm. Ja. So. Erstmal noch mal betäuben. Und jetzt. Fünf mehr an Jahren. Raufauen. La 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 la. La 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 la. Rau fangen, rau fangen, rau fangen, rau fangen, rau fangen. Na... Ja, vielleicht soll ich das Spiel auch einmal nicht gemoddet zeigen. Nee, jeder, der Skyrim ohne Mods spielt, der. Das ist so wie, wenn man Minecraft noch nie von den Mods benutzt hat. Das ist auch... So ein paar Mods können ja in Minecraft auch dazu. Sei es wenigstens die Shader-Mod oder sowas. Oder Texture Pack oder... Auch wenn Texture Pack kein Mod ist, ist aber egal. Skyrim ist doch gerade so ein tolles Spiel durch diese unzähligen coolen Mods. So, Lydia, du machst keinen Schaden. Ich muss Lydia auch mal eine fünftige Waffe machen. Das ist ein Eis-Troll. Ja, der wird dich töten, wenn... Weißt du, der hat keine Seele, da bringt dieser Spruch nichts, Lydia. Zack. Zack. So. Uiich. Ah, da oben ist noch ein Grab. Das könnte ich jetzt machen. Aber vorher... Ja. Und jetzt fällt mir auch gerade zum ersten Mal auf, dass Skyrim wirklich gar nicht so groß ist. Ich hab Skyrim immer für unendlich gehalten und... Super groß und man wird nie alles erkunden können. Das stimmt gar nicht. Nachdem ich jetzt Breath of the Wild gesehen hab, was ja ich glaube... Wenn ich mich nicht irre, hat das dreimal die dreifache Größe von Skyrim oder sowas. Und... What? Die dreifache Größe von Skyrim? Ja, doch... Äh... Also ich hab's noch nie geschafft, Skyrim komplett zu erkunden. Ich geh auch nicht davon aus, dass ich es schaffen werde, Breath of the Wild komplett zu erkunden. Ähm... Oder auch mit 100% durchzuspielen. Und ich hab immer noch keine neuen Amiibus gekauft. Das sag ich jetzt schon mal. Äh... Was aber daran liegt, dass ich die irgendwo finde... Also es gibt die weder bei Mediamarkt, noch bei Saturn, noch bei Amazon... Weiß ja so irgendwie... Noch... Weder noch... Auch nicht mal bei GameStop... Das sind irgendwie die ganzen großen... Huff... Ja. Äh... Das sind irgendwie die ganzen großen... Spiel... Vermarkter, die ich kenne. So, hier irgendwo... Steinbühl. Das ist cool, dass du mir hier eine Mine anzeigst, aber... Teber-Ei. Die Werbe von Steinbühl ist eine wohlgehende Abwechslung in diesem kalten, trostlosen Land. Du bist nach Gomia. Cool. Teber-Ei, der Schlöpfling, hätte nie gedacht, dass er mal in einer Mine an diesem kalten Org arbeiten würde. Er hat von Größerem geträumt. Okay... Okay... Mine... Mine... Hi, Wache... Ciao, Wache... Ich geh jetzt erst mal in die Mine... Und da das hier ein Let's Show ist, würde das natürlich auch ein bisschen länger... ähm... So... So... Ah... Abbauen Eisenernst oder so. Dich aktiviere ich jetzt erst mal... Verschiedenes. Begib dich zur Akademie von Winterfest. Ähm. Besuche Briesenheim, dein neues Zuhause. Briesenheim klingt auch echt scheiße. Im Englischen heißt es ja wenig Breeze Home. Ich hab nichts gemacht, ne? Was? Der baut nochmal, aber wohl dies erschöpft, die Erzader. Ah. Okay, warum auch immer? Hier wäre eine Spitzhacke. Eine Schaufel. Ich weiß bis heute nicht, wozu die... Schwere Rüstung. Oh. Oh, schwere Rüstung. Ja, Magik. Magik. Schmiedung ist schwere Rüstung. Moloch. Zack. Objekte. Bekleidung. Jawohl. Seht euch das an. So. Abbauen. Eisenerzader. Ich weiß, dass es nichts bringt, weil ich mir das auch einfach cheaten kann. Ich hab euch ja grad gezeigt, wie man cheaten kann. Und der Code für Gold ist... Die ID für Gold ist F. Und die, äh, ID für Eisen ist 5ACE3, wenn ich mich nicht irre. Wir können einfach mal gucken. 5ACE3. Und keine Sorge, keine 100 Eisen. Ah, das ist Silber. Dann ist das hier Eisen. Und das hier ist Stahl. Die kann ich auswendig. Die 4. Kurz. Die anderen muss ich alle nachgucken. Ja. Ja. Äh. Jo. Pff. Also, das ist Skyrim. Und das ist die lameste Mine, die ich je gesehen habe. Hier gibt's 3 Eisenerzquellen. Und das war's. Hm. In einer der Minen ist, ist in der ersten Mine, die man hier so trifft, weil sie halt in der Nähe des Weges ist, die man von der Story her gehen muss. Und, oh, 4 Eisenerzadern gibt's hier. Oh. Tut mir leid. Die wird von Banditen bewacht und da muss man wenigstens die ganzen Banditen abschlachten da drin. Ziel Himmelsrand. Oh, hier gibt's eine Smeltery. Stahl. Und ja, ich hab auch so eine drin. Und, ey, ich hol mir mal eine Klonrifle. Ja, bitte. Bitte. Muni, 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 muni. So, zack. Eisenbarren. Zack, zack, zack. Zack. Ah, da drin werden ja ganz viele Spitzhangen, die könnte ich mir holen, ne. Aber. Äh, Rekalkumbarren. Ja. Wecksilberbarren, ist auch wichtig. Stahlbarren, bisschen kaiserliche Stiefel, kaiserlich, Stahlschwert, kaiserlich, bla bla bla. Brauch ich alles nicht. Zwergische Metallbarren. Veredelter, veredelter, veredelter Moonstein. Die Rohmaterialien sind alle viel, viel wichtiger als der ganze Rest. So, zack, 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 zack. Genau. Ich, ich schmiede jetzt noch ein bisschen, äh, Waffen. Ich pack mal die Klonenrifle rein und den Imperial Blaster raus. So, ich zeig euch mal, wie das aussieht. Wenn man hier mitschießt. So sieht das aus. Das ist einfach nur, um es mal gezeigt zu haben. Äh, ja, das hier ist... Oh, Flash. Was ist das? Oh, Flash. Oh, Flash macht, äh, Magie. Veränderung. Steigert den Rüstungswert des Zaubernden 60 Sekunden lang um 40 Punkte. Das ist ein guter Zauberkarte. So, ähm. Eislauf. Weislauf ist auch die erste Stadt, in der man von der Story her kommt. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn man sich entschließt, nicht die Story zu machen. Man muss erst bei der zweiten Story-Quest, oder bei der dritten, ich weiß jetzt nicht genau, ob die... Ob das Tutorial oder das Intro auch als Story-Quest geht. Ähm. Aber... Äh, Schmiede, genau. Ne, ich werde gar nicht in die Schmiede. Ähm. Kultist. Kultist. Ja, werde ich Kultist. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das... Alle werden Zeuge von Fürsten Mirads erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Kann ich dich töten? Ah, cool. Ich werde... Ich werde... Fallen! Nein. So, erstmal den Feuer hat man recht killen. Uh, ich muss mich mal heilen. Hi. Ja. Niemand stellt sich gegen Mirak. Du kannst nicht mal... Du sollst dich nicht in der Stadt angreifen, indem ich alle verehren, weil ich einen Drachen richtig getötet habe. Das ist ein bisschen doof. Und... Oh ja, ich habe auch einen Mod, die das hier macht. An den komme ich sowieso nicht. Ah, doch, komme ich. Oakflash. Die Wahrheit wird euch ergreifen. Kurz danach wird er erstochen. Und geköpft... Okay. Kultisten-Befehle. Nichts die Befehle der... Tollkisch. Zaubertank. Der zusätzlichen Magiker. Nichts die Befehle der Kultisten. So. Hier war doch noch irgendwo ein anderer. Genau. Hast du auch so eine Befehle-Liste? Steifeile. Perle. Und eine Orkische-Dolch. Okay. So. Jetzt erstmal wieder meinen Faust-Push ausrüsten. Objekte. Bücher. Puddling-Notes. Kultisten-Befehle. Okay. Ähm. Woher war ich jetzt da? Okay. Cool. Das rüsten wir doch gleich mal aus. Drachenblut. Drachenblut. Jawoll. So. Ähm. Was ich jetzt eigentlich machen wollte? Werkbank. Ich wollte dich auf legendär machen. Dich auf legendär machen. Und... Oh. Dafür brauche ich daran Schuppen. Und davon habe ich keine mehr. So. Der großen Schmiedekunst. So. Äh. Ah genau. Das hier ist, ähm. Breeze Home. Riesenheim. Steht sogar Breeze Home da? Oh. Hohe CPU-Auslastung. Ja. Jetzt nicht mehr. Das hier ist mein Haus. Das ist voll cool. Ah genau. Ich habe hier ein Kinderzimmer reinbauen lassen. Man kann in Skyrim nämlich Kinder adoptieren. Was ich voll cool finde. Dieses Haus hat nur einen Mangel und... Das ist auch eine Munde, die das Licht hier so geil machen lässt. Die Betten sind so scheiße. Ja. Man hat hier aber auch einen Lager. Äh. Und ich glaube... Das kann nicht das Kinderzimmer sein. Aber... Hier wäre normalerweise das Alchemielabor drin. Weil man kein Kinderzimmer da drin hätte. Also... Wieso steht dann Bier und sowas... Da drin? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe eine geile Waffe, die ich da ablegen will. So. Den imperialen Blaster klatsche ich da rein. Bist du... Oh, jetzt ist die nicht mehr registriert. Interessant. Die Axt von Weißlauf. Die ist... So. Ah. So. Waffen. Die da. Objekte, Waffen. Aha. So. Jetzt ist da nur... Ah. Daran bist du. Objekte, Waffen. Imperial Blaster. So. Jetzt habe ich einmal meine Axt von Weißlauf und meinen imperialen Blaster da hängen. So. Das ist doch ganz toll. So. Ah. Ah. So. Ja. Gehen wir nochmal in die Rahnburg. Und... Oh. Das... Und... Oh. Ich habe... Ich habe noch eine gute Idee. Das muss ich euch noch zeigen. Hier gibt es noch diese komische... Hier gibt es ganz... Also generell in Skyrim gibt es ganz viele Quests. Ich würde es ungern mit Breath of the Wild vergleichen. Aber das muss man nur mal leider machen. Weil... Ja. Ich finde Breath of the Wild... Ich habe... Wie gesagt, ich habe die Legendary Edition noch nicht gespielt von Skyrim. Aber... Ähm. Hier. Andre of Edmora. Hm? Die Himmelsschmiede? Ja. Meine Clanväter haben doch gearbeitet. Der Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Seid ihr blind, Junge? Ja. Wie ein Schmied? Preis... Dafür, dass das voll die spezielle, voll krasse Himmelsschmiedenstahlschmiede sein soll. Kann ich voll wenig. Himmelsschmiede. Ha, kann man mit der irgendwie mehr machen? So. Da ist nichts drin. Ja, ich könnte mir auch eine Darth Vader-Rüstung machen. Und hier ganz viele Star Wars-Rüstungen. Beim Kaiserlichen. Ja, hier sind gefühlt unendlich Lichtschwerter drin. Puh. So. Ja, da sind ganz, 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 ganz viele Lichtschwerter drin. Und Nord... Nordpanzerhandschuhe. Ich muss Leather-Stripes machen. Und ich brauche eben Erzbarren. Die Nordrüstungen. Die sehen ja göttlich aus. Ich glaube, ich hole die mir einfach nur, weil die cool aussehen. Was brauche ich denn dafür? Stahl habe ich genügend. Wechselbar habe ich auch genügend. Leather-Stripes brauche ich. Und eben Erzbarren brauche ich. Ja, dann... Gucken wir mal kurz nach der ID von eben Erzbarren. Und nach der von Leather-Stripes. Obwohl ich mir die ganz einfach machen könnte. Aber zu faul bin, da jetzt nach unten zu klatschen. Wobei, da kann ich die auch machen, ne? Ciao. Ciao. Ja. Ja, die Mod tauscht einfach Namen und Skin von dem Schmied da oben aus. Die Andre of Edmora Mod. Tolle Mod. Ehrlich. Bringt's voll. Ohne Witz. Ich glaube, ich habe für die... Mir fällt gerade auf, hier fehlt der Baum. Hier war vorher ein Baum. Der fehlt. Da fehlt ein Baum. Generell, die Stadt sieht voll ausgestorben aus. Hm, ist 12 Uhr mittags. Ist die Stadt so ausgestorben. Hm, die Schmiede ist noch da. Ich glaube, Gestell ist wo? Leder, ja. Leder. Leder, Leder. Leder. Und das ist das Reibs. Zack, zack. Davon mache ich mir mal ein paar. Verpiss dich von der Schmiede. Ich habe hier ein Stück hier. So, zack. Lass geladen. Gut, Skyrim. Eben, Erzbanken. Lady. So. 5 AD, 9D. AD, 9, D. Äh. Direkt mal 10, so. Dann gibt es noch mehr. Warte. Nordrüstung. Ja, dich möchte ich erstellen. Dich möchte ich erstellen. Dich möchte ich erstellen. Und dich möchte ich erstellen. Nord, Nord. Die kriegt man übrigens durch... Oh, Leder sieht geil aus. Nordzweiler. Nordpfeil. Sonstiges. Ähm. Ja, genau. Die kann man einfach nur mit Geld holen. Diese ganzen. Da kriegt man, äh, Lichtschwerter für eine bestimmte Zeit. Die habe ich auch schon. Wave of Force. Die ist aber... Schwächer als das... Richtige und... Das ist auch geil. Aber, das hole ich mir nicht. So, heb. Geh weg von der Bergbank. Die muss ich benutzen. Finde ich auch geil, dass die in Skyrim die alle so... Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weich... Quecksilber... Barren. Quecksilber-Chin. Mach ich jetzt nur, weil die cool aussieht. Äh. Vielleicht ist die sogar auch schwächer. Aber... Quecksilber-Barren-ID. 5, Ader, 0. Dein Stahl ist legendär. Dein Stahl ist nicht legendär. Keiner von euch ist legendär. Danke. Ich... Eine Fähre-Chance. Quecksilber-Barren. Hm. Bei der Schmiede klappt das. Bei der Bergbank muss man es neu auswählen. Das... So. Gucken wir mal, ob das überhaupt effektiver ist. Du bist besser als meine... Okay, die sind doch nicht legendär. Du bist legendär und bist schwächer. Liegt vielleicht an der Mod. Ist aber scheißegal. Ihr seht einfach viel... Ihr seht... Oh mein Gott. Die Nordröse sehen einfach viel geiler aus als die andere. Oh mein Gott. Seht euch das an. Das... Oh mein Gott. Sieht geil aus. Sieht verdammt nochmal geil aus. So. Kein Wunder, dass das Ding hier rumglitscht. Wie gesagt, normalerweise... Ist da nicht so ein Loading-Screen? Äh, also normalerweise schon. Aber ich hab eine Mod drin, die das eigentlich... Verhindern sollte. Aber... Hm. Der heißt Open Cities Mod. Und ja. Ich glaube, das Video hat jetzt auch eine akzeptable Länge. Ich hab euch ausreichend von Skyrim gezeigt. Und das Gegete. Dass das cool ist. Ähm. Ja. Ich würd dann sagen... Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ne Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und... Tschüss.